Geborene Haut und Fleisch, Kind der Unendlichkeit, fremde Reisenden von Sternen, Gebieterin von Wissen, wir verehren dich siebenmal siebenfach. Fragmente, Selemia, ca. 1350 vor Bosporansfall. Im gelesenen Garten lässt der Sultan zwischen bunten Glasformen die Pflanzen, Tiere, rosa gefärmte Glasbecken, eine Seeanemone, dessen Nesselschlangenleiber sind, Beete voller Hunde und Käferblumen zwischen Rosen aus Rotem, Gehege mit einer Herde von Pusliasch aus wunderschönen Emergenz von Mensch, Pferd und Krokodil entstanden, oh, diese wundersame Verständnis der Körper. In einem Käfig, umgebend von einem seltsamen schwarzen Glas, saß eine Kreatur wie diese Binden, denn die Kreatur stammen aus der Unendlichkeit der Sterne und seiner Unendlichkeit spiegele sich und werdet ihr gefangen im Glas. Reisebericht Selemia, ca. 160 vor Bosporansfall. Und so steht ihr im Krater, im Götterkrater von Fex verflucht, Karubdorot hier unten gebunden und eine ganze Menge Krakonia um euch herum. So steht ihr im Götterkrater und seid gerade aus dem Barlana-Tempel herausgetreten, wo ihr noch ein weiteres Mal die schreckliche Entdeckung der Fortpflanzung der Krakonia gemacht habt. Habt euch ein bisschen zurückgezogen in die tiefen Spalten, damit ihr zumindest etwas unter euch sein könnt, wenn ihr jetzt beratschlagt, wie es weitergehen soll. Eine eigene Kapitänskahüte gibt es hier unten nicht. Und so blickt ihr euch an. Ja, naja, und dann, also ich denke, das wäre eine gute Idee, oder? Ja, doch, das könnte auch eine gute Idee sein. Also ich muss auf alle Fälle mal Beutax und seine Selbstgespräche kurieren. Das ist in der Tat eine fantastische Sache. Das ist ganz furchtbar in meinen Augen. Ich denke auch, ich denke auch. Beutax, würdest du ihn auch zu Wort kommen lassen? Ja, ja. Aber selbstverständlich, sprich doch. Ja, sie sollte auf jeden Fall sprechen, nicht wahr? Ich denke auch, das finden wir gut. Redet er mit seinem Bruder? Ich glaube, er redet mit sich selbst. Ich denke, er redet mit niemandem. Also los, los. Du hast jedenfalls so recht erfahren, dass das ein wenig beunruhigend ist, aber ich hoffe, wir können uns darum kümmern, wenn wir oben sind. Wo wir gerade bei dringend notwendigen Dingen sind, Kapitanie. Es erscheint mir, als würde das örtliche Problem einer dringenden Lösung bedürfen. Ich habe starke Meinungen dazu, wie wir es lösen sollten, aber die Frage ist, was der Wille Coas ist. Denn ich glaube, wir wollen uns nicht gegen den Willen Coas stellen. Der Ventilio wirft die Hände in die Luft und hält die Klappe. Naja, was ist denn euer Vorschlag? Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir könnten entweder den Hai befreien oder wir schaffen, diese politische Situation zu unseren Gunsten aufzuklären. Ich denke auch, das ist eine gute Möglichkeit. Naja, beides jedenfalls. Ganz ehrlich, nach dem, was ich in diesem vereine Tempel gesehen habe, es scheint mir den Hai zu befreien, tatsächlich die beste Möglichkeit zu sein. Denn überlegt euch, wie sind diese Menschen dort hingekommen? Von Schiffen. Und wir wollen hier in Kürze eine Seeschlacht veranstalten, bei der viele Menschen ins Wasser fallen werden und fragt euch, wo sie landen werden. Naja, vermutlich auf dem Grund. Ich denke auch. Sie werden sterben, vermutlich. Sie werden ja trinken vorher. Wenn sie Glück haben. Sind wir denn in der Lage, besagten Hai zu kontrollieren? Ist dein Tierkönig also nein? Ich denke nicht. Also, als Tierkönig hat er eine enorme Macht und gewissermaßen in seiner Domäne eine gewisse freizauberische Begabung. Wie sollten wir ihn kontrollieren? Ein Tierkönig ist nicht dumm, aber... Ich werde mich auf dem überlegenen Wissensschatz beugen. Hm, das ist auch besser so. Ich denke auch. In diesem Falle Kapitania werden wir vermutlich absehen können, was besagte Tierkönig anrichten würde. Sollte er die Freiheit erlangen, haben wir keine Möglichkeit, dies zu garantieren oder zu garantieren, dass wir nicht im Kreuzfeuer erwischt werden. Ich denke, er wird die hier ansässigen Krakonie sicherlich mehr hassen als uns. Nun ja, aber er ist relativ groß. Wir und die Krakonie sind relativ klein. Ihr werdet zu sagen, dass ihr den Unterschied im Heifer des Gefechts wohl erkennen mag. Ich würde mich hier auf meine Göttin verlassen. In meiner Göttin liegt die Freiheit von Lebewesen am Herzen. Und nun ja, wenn ich sie bitten würde, den Hai zu befreien, könnte ich mir vorstellen, dass er sich vielleicht nicht als allererstes auf uns stürzt. Nun, weiterführend aber, und das ist das größere Problem, können wir vermutlich nicht mit einer weitergehenden Unterstützung dieser Wesernheit rechnen. Während, wenn sich auf die andere oder andere Weise die örtliche Viruskultur zu einer Behörigkeit überreden ließe, auf die eine oder andere Weise, ich bin mir sicher, ihr habt da ähnliche Gedankengänge, wie ich angestellt. Nun ja. Ein Imperavi, das geht immer. Ja, ich denke auch. Ein Imperavi ist nur eine temporäre Lösung beitags. Nun, aber eine Lösung. Wie gesagt, ich denke, dass hier tatsächlich der Bille Khorst das Ausschlaggebende ist. Stellen, wenn wir uns seine Feindschaft dadurch zuziehen, dass wir den Hai befreien, dann steht auch der Rochen gegen uns und ich denke, das wollen wir nicht. Also, sie schaut mal zu Raphim. Wenn wir hier mit einem klaren Missionsauftrag sind, dann würde ich von der Befreiung das heiße Abstand nehmen. Das schwerst mir fällt. Naja, ich würde sagen, wir tun beides. Und dann blieb nur die Frage, wie wir ihn befreien wollen. Habt ihr die Dicken der Ketten gesehen? Ich sagte, wenn ich ein wenig Zeit hätte, würde ich die Göttin anrufen. Und wenn sie es für richtig befindet, wird sie ihn befreien. Sie hat Einfluss hier unten, in der Tiefe. Sie hat keinen Anhänger hier. Aber wir sind in der Tiefe, nicht in einer Nebelglobule. Nichtsdestotrotz ist es wichtiger anzumerken, dass Voltax, wenn ich mich nicht täusche, über einen reinen Titanium durchverfügt, in der Lage sein sollte, besagte Ketten zu zerschlagen. Ohne Probleme. Es ist Marsch, das Metall. Marschmetall schneidet genug, genauso gut anders Marschmetall, wie anders Metall schneidet. Also eher schlecht. Ich wäre an dieser Stelle eher bereit, die belagernden Qualitäten des Titaniums gegen die Mindermagischen des Krakensilbers anzugeben. Ja, ich gehe auch davon aus, dass das Titanium in der Lage dazu ist. Und wie lange wollt ihr bebrochen? Wie ihr erstanden? Wir sind nicht in irgendeiner Eile. Naja, also er wird nicht Unrecht haben. Damit der Tierkönig gebunden sein, es werden die Ketten sehr dick sein. Voltax da mit seinem durchdurchdurchdurchter. Zudem seid ihr nicht geschützt vor Lärm. Und nun ja, ihr seid nicht blind und dumm. Sie werden das sehen, was an den Ketten ausgerichtet wird. meine liturgie dauert etwa ein halbes stunden glas und ich glaube nicht dass die hiesigen krakonier verstehen würden was ich tue aber wenn ihr sie aber mir also ich meine ihr habt mich ja schon uninteressant gemacht wenn es interessant macht dann würde das hier gut funktionieren die schwimmt dann einfach nach der unten verbietet und ihre liturgie befreit den hai und alles wunderbar ja das denke ich auch ich glaube eine gute lösung was meinst du rafi mit wir sollten beides tun sollen wir sie erst bekehren und zerfleischen lassen naja koha ist für die starken oder genau das würde ich tun ich denke unser naja unser vorhaben ist ja nicht ihr langfristig den glauben kurs zu etablieren sondern unsere feinde zurückzuschlagen nicht wahr das ist primäres ziel würde ich sagen ich denke auch naja und vor allen dingen wenn wir erstmal den korglauben etabliert haben und danach den haiglauben schwächen ich denke das wird gut für uns sein die starken überleben ja und ich vermute wenn der hei hiermit fertig ist dann überleben wirklich nur noch die starken ja das ist sehr gefällig nicht wahr wunderbar dass sich das so ins andere fügt wäre schwieriger gewesen mit einem anderen gott stellt euch mal vor wir hätten den trafiger glauben hier verbreiten müssen das wäre schwer ich habe noch eine frage das heißt wir kümmern uns jetzt auch gar nicht mehr darum was der was der rat von uns will sondern wir befreien uns einfach diesen high kümmern uns sehr wohl noch darum was der rat von uns will aber aktuell haben wir brustruck auf unserer seite würden für den dann verlieren wenn wir den hei befreien oder ist ihm das dann egal ja deswegen befreien wir den ein nachdem wir den rat auf unserer seite haben ach so also wir warten erst die abstimmung ab und wenn dann der wo entschieden hat dann befreien wir den tierkönig ich denke nicht dass es jemals danach noch viel geben wird wenn ihr den tierkönig befreit allein nach der rats abstimmung befreien wir den tierkönig richtig nun und was bringt uns die rats abstimmung danach dass wir die möglichkeit auftrag zu erfüllen genau dass wir die möglichkeit haben für auf ihm seinen glauben hier zu verbreiten und die hände in die luft bzw ins wasser und die klappe und gewissermaßen ist es ja auch so wenn er seinen glauben verbreitet und ein paar von seinen anhängern überleben werden diese sich natürlich aufgrund der neuen geglaubens richtung besonders befähigter zu fühlen ihm zu folgen und diejenigen unter den frisch bekehrten die durch den hei ihr ende finden werden direkt in das ewige schlachtfeld einzug halten ja und den balana tempel den den also ich würde niederbrennen ist jetzt ja auch nicht so so richtig und vor allem ist es ja auch ein paar reinen tempel aber befreien oder töten wir dann jetzt die diese diesen laich brot diesen tempel ich denke dass wird der tierkönig machen wenn nicht werden wir noch einmal nachsehen denn ich würde zu gerne proben davon nehmen und will ja ihr seid widerlich und wollte es hat recht ihr müsst ja überlegen wenn der tierkönig sich erstmal befreit hat wie viele haie habt ihr gesehen ich vermute dass ja eine gewissen gewissen einfluss auf sie nehmen wird und auch sie in einer art reiserei verfallen werden ist das korrekt voltags ja das hast du sehr schön gesagt und wüten und toben und wüten und toben ja deswegen vermute ich dass nicht nur der tierkönig hier alles kurz und klein schwimmen wird sagt man so sondern die ganzen haie auch und werden wie wollen wir das überleben da ja wir entziehen sich dem ganzen ist eine sehr gute frage aber mir habt ihr da vorschläge nicht wirklich meine sternkraft ist langsam erschöpft also ich kann nicht ein zauber auf alle leute für uns legen nein darum geht es auch nicht ich würde es wieder vorschlagen mit zulamin und du bleiben zurück ihr befreit den hai wir schwimmen schon einmal an die oberfläche oder an einen treffpunkt mit den chor jüngern die rafim dann um sich geschadet hat quasi der auszug der kakon ja und naja ich denke sie werden nicht mehr bei sinnen sein also ich glaube hier in der nähe finden wir nichts aber ich würde sonst mit farabut gemeinsam etwas weiter nach draußen schwimmen und dann schauen wir mal wie viele oder auch welche tiere wir bekommen vielleicht am besten in richtung von miyamat weil wenn sich da sowieso schon jetzt unsere schiffe gesammelt haben dann kann ich mir auch vorstellen dass er hat seine wesenheiten auch dorthin geschickt hat das klingt nach einem guten plan gut dann haben wir uns entschieden ja jetzt haben wir aber noch die viel größere problematik wie überzeugen wir erstmal den rat nun wer vom rat muss denn derzeit noch überzeugt werden naja der hei der hei kakon ja ist auf unserer seite wenn mich alles täuscht und diesen johann johann nur hat er den hast du doch auch überzeugt voltag ist ja ja jetzt geht es geht da oben dazu zu beträgen wie ein priestess quazil dieses froschgottes nun wie gesagt also es wäre mit einem imparati keine schwierige sache ein abschluss verhalten in der richtigen situation ich glaube ich würde mich gerne mit dem seeschlangenpriester unterhalten er soll ein mystiker sein vielleicht finde ich einen zugang zu ihm er bietet sie schlangen was sagt euch das naja dass ihr und sepenteo vielleicht nur gute freunde werden das glaube ich eher als was leuchtet euch zu diesem gedanken dass ihr deutlich bereiter seid mit den wesenheiten der 13 wäre zusammenzuarbeiten als ich und zulägen ihnen das sind außerdem steckt in eurem namen serpente was schlange bedeutet nicht wahr und er ja 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 nicht mit ihnen zusammen er knechtet sie nun trotzdem sollten wir erst einmal mit dem mann sprechen wie viele stimmen haben wir dann oder habt ihr ideen wie ihr den froschpriester überzeugt abelmi nicht wirklich ich bin mir nicht sicher was für ein gottes sich handelt es ist doch etwas diffus und ominöse und denken dass es mit dem dämon zu tun hat der vorulat beschworen wurde das kann sein erinnert ihr euch noch als wir war das noch ich glaube als wir die hexen getroffen hatten kurz vor ich halb ins thron da sind wir auch über ein dorf gestolpert dass so ein froschgötzen hatte ja so kann ich euch nicht sagen jedenfalls werde ein auftauchen besagte herbe entität fatal für uns und halt bei mindestens diesem einen ratsmitglied ich frage noch einmal wie viele stimmen haben wird in der zeit zwei den raken welcher war noch mal der priester der immer gegen den anführer stimmen muss dies war guljokjok der priester des juno kommen wir den vielleicht doch irgendwie umgedreht das ist meine aufgabe gewesen seid ihr sicher war es nicht urmarsch zu ich meine auch es war urmarsch zu denn sonst hätten wir ja euch ganz umsonst vorausgeschickt moment war der ziel ist das kröten ding was ok oder ziel war das kröten ding und der muss immer gehen wir brauchen also eigentlich nur noch entweder den homats oder den bei laner typ aber der ist glaube ich muss es schon was du und schon was du wo die seestange genau er bei einer typen kannst du abschreiben weil das weil der halt angst hat und niemals gegen die färscher stürmen wird glaube ich ich bedrohe den einfach und der hoher priester das jona ist und der einen haken nun erst zum jetzigen zeitpunkt zumindest noch von seiner vision beeindruckt wenn wir denn dass das anhängt und kapitän ja wen wollen wir das wärst anfassen dann sehen wir vielleicht einmal ob wir mit dem sie schlangen priester sprechen können oder ob das aussichtslos ist passt auf wenn ihr nach unten schwimmt als ich nach unten geschwommen bin und das licht immer seltsamer wurde da habe ich mich sehr komisch gefühlt naja das haben wir das war sehr unangenehm also ich muss wirklich sagen ihr müsst da mit voller geisteskraft gegenhalten auf jeden fall ansonsten das kann unschön werden ich sag's euch nur vorher naja bei bord hast du auch nicht viel geholfen wie ihr seht was war es was meinst du mir geht es prächtig auf jeden fall geht es mir prächtig du redest mit dir selbst nein ich rede doch mit euch ich habe gerade abel mir gesagt also wirklich das eine kann er nicht vom anderen unterscheiden ah menschheit er hat einen 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 kleinen dachschaden kommen vielleicht bekommt ihr die wirklich nicht oder die umgebung es ist das licht mit euch vor dem licht vielleicht liegt es auch daran dass er ein zwerg ist und sie nicht so tief unter wasser sollten möglicherweise interagiert die physiologie des voltags seltsam mit dem efensterung und der druck der druck schlägt ihm langsam zu ihr habt ihr kopfschmerzen nein aber ich glaube ich bin ein bisschen müde aber dann auch wieder nicht und habe ich mir gedacht ich könnte ein nicker machen aber dann habe ich mir gedacht ich bin unter wasser ja und außerdem dann habe ich kurz die augen zugemacht aber sie direkt wieder aufgerissen es ist möglich dass er nicht inreichend gegen den druck in der tiefe abgeschirmt ist und der sein schädel gegen sein hirn drückt das habt ihr alles getrunken von dem infanz trunk ja natürlich was denkst du denn nicht als besonders stabil richtig hier unten ist auch sehr viel wasserdruck unterwegs und ich könnte mir noch eine ganze menge andere gründe vorstellen warum es ihm nicht gut geht aber naja aber selbstverständlich keine sorgen selbstverständlich ihr könnt dann den wurdung im kopf haben nein nein den hätte ich bemerkt woran naja also der hätte irgendwie reingemusst und das hätte ich gespürt ihr müsst ihr durch eure nase geflossen sein das ist mir klar er kann auch über die augen oder die ohren oder den mund eintreten es gibt viele öffnungen oder andere stellen im körper aber interessante gerüchte aus den europäischen landen gehört wurde damit experimentiert wurde zandteam direkt in personen hinein zu beschweren ich weiß aber nicht was daraus am ende geworden ist nach das klingt wie ein gruselmärchen ich glaube nicht dass sowas jemals stattgefunden hat aber warum unterhaltet ihr euch jetzt über ein forum ihr erinnern wird der kapitan ja wen wollen wir das erst angehen wenn sie schlangenpriester wir sollten ihn wohl beim rats gebäude antreffen die beratsschlagen sich ja immer noch vielleicht können wir ihnen in der pause abpassen euer glück dann müsst ihr nicht in den gotter kater tauchen was ist damit das licht von fuchs es ist schädlich verdreht pervertiert und was der wahn der tiefe das ist das worunter euer kleiner unterwüchsiger leidet als dunklen ströme von ja zu gott nach quatsch der meint doch nur was ströme wir haben keine dunklen ströme gesehen oder haben ja so ein dunklen strom gesehen ja dort waren schon ströme aber es war ein art dunkel licht eher ja ja eben als dunkler strom von wegen das ist das kursalit der kursalit strahlt ab ihr nennt es kranken selber also kommt es nicht von fuchs der meteor kommt von ihm aber sie hat es verdreht mit ihrer kraft hätte ich wirklich gedacht kapitan ja das einem so gewaltigen zumindest von der masse gewaltigen hat fakt seinen göttlichen ursprungs erlaubt wäre in dieser sphäre zu verbleiben gibt es eine möglichkeit uns dagegen zu schützen nein aber dies ist der grund warum die priester sich wenn sie nicht in die tiefen abtauchen oben am tempel treffen beim woher und seinem kranken thron denn selbst die priester sind nicht gegen das licht gefeit nur die stärksten von ihnen tauchen nach unten so wie gul jok jok oder rumas was suchen sie dort unten ihre tempel sind dort gebaut ihre tempel liegen am tiefsten weil ihre kaste die höchstgestellte ist was wäre eigentlich wenn so ein tempel kaputt geht dann wäre doch ein platz im rat frei nicht wahr er überlegt wir haben viele götter die nicht angebetet werden und die auch keine tempel haben entweder wird ein neuer tempel gebaut oder der priester verstoßen ich kann mir letzteres vorstellen wenn er sein tempel nicht schützen kann ist er die kaste nicht wert schiedrakon hat auch kein tempel bekommen naja dann haben wir doch eine möglichkeit unter der hinterland der tempel von es kathet wurde vernichtet mit der nun ja abwesenheit von morda gibt es denn noch weiter tiefer irgendetwas oder ist der tempel dort unten das tiefste und danach beginnen die niederölen der tempel der grundmutter liegt am tiefsten abwesen 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 Vielen Dank.